Hi Leute! Ab jetzt kommen alle Videos in einem neuen Format. Und zwar hat der DHL-Mann gestern mein neues Mikrofon gebracht. Stellen wir also als erstes einfach mal ein paar Runen her. Ich habe die ganze Woche gesammelt. Ich brauche dringend neue Runen für Theomas. Man könnte die Runen ja mal schnell anschauen. Übelst schlechte Speed-Drohne hier. Muss dringend ersetzt werden. Drücken wir einfach mal die Daumen. So, drück die Daumen. Okay. Gut, die behalten wir. Ah, war ja nur eine. Verdammt. Speed natürlich auch. Bullshit. Ja, Bernard sollte natürlich klar schneller werden. Bullshit. 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 Oh mein Gott. Ja gut. Für die fragen mich auch immer, wie ich denn meinen Ganymidi gerund habe. Ich denke, das kann ich jetzt mal ganz einfach in einem Video zeigen. Ist sicherlich nicht das optimale Set für ihn. Die Werte sind ganz okay. Er hat ein bisschen arg wenig Life. Aber ein bisschen Schaden soll er nun auch machen. Speed habe ich angepasst auf Theomas. Wie ihr hier seht. Die kommen ziemlich genau hintereinander. Das passt auf jeden Fall. Devilmoons hatte noch kein R bekommen. Da er einfach auch so richtig gut funktioniert. Oder genau so, wie ich es eigentlich brauche. Und hier sind die Runen. Wille auf jeden Fall. Da er nicht der schnellste ist. Braucht er auf jeden Fall Wille Runen. Und Gewalt. Ich hatte sie mehr oder weniger übrig. Und ja, ganz angenehm. Und ich habe ihm jetzt einfach eine ATK-Rune hier gegeben. Dass er auf jeden Fall nicht zu schnell wird. Dass keine Lücke zwischen Theomas und ihn kommt. Und eventuell mir die Combo versaut. Und hier, ja. Das sind an sich Damage Runen. Hier habe ich keine andere. Gut. Bisschen Dev drauf. Bisschen Speed. Ganz okay. Bisschen Speed. Bisschen Auf jeden Fall noch zeigen. Heute Morgen während der Arbeit sehe ich Gildenkampf gegen AUB. Und ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, in der Vesperpause kurz die Fights runter zu reißen. Allgemein sieht es nicht ganz so gut aus. Hier, wie ihr seht. Aber natürlich Ducky Win. Und weiter geht's. Ich glaube, hier war der Erste. Drei Wins gegen die starke Gilde. Finde ich doch ganz okay. Ich denke nicht, dass wir ihn gewinnen. Aber auf jeden Fall hat der Kampf wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte ihn euch gerne gezeigt. Aber wie gesagt, konnte nicht warten. Ich habe auch gerade ein neues Projekt laufen. Und zwar habe ich das Wasser-Kong-Fu-Girl bekommen. Und natürlich gleich mal gebaut. Relativ decent Rune. Also mir gefallen die wirklich sehr. 17 Speed. Nice. Die Werte sind eigentlich ganz okay. Sehr nice. Gut für Raid mit Dev und allem. Ich denke, ich könnte meine nächste 6-Sterne-Kandidatin werden. Klar, ein paar Skill-Up sollten auch kommen. Aber im Moment droppen die Kung-Fu-Girls relativ selten. Bisschen blöd, aber naja. Bulldozer ist auch in der Pipeline. Die wichtigsten Fähigkeiten sind eigentlich vorhanden. Nice Runen-Set. Glücklicherweise genau die richtigen Runen für ihn. Genau die richtigen Werte. Der Dev-Wert wird so auf plus 1200, plus 1300 gehen. Ich denke, damit sollten um die 30.000 Schaden plus minus auf jeden Fall drin sein. Vielleicht muss mein kleiner Malakar noch warten. Aber eigentlich funktioniert der im TOA im Moment zumindest bis 80 relativ gut. Könnte natürlich mehr Schaden machen, wenn er 40 wäre. Aber ich weiß nicht. Kung-Fu-Girl bin ich irgendwie wichtiger für Raid. Mal schauen. Wird noch nach unten eine Tiana. Masity wäre auch noch da. Ja, im Moment fehlt mir einfach das Food für mehr 6-Stars. Bisschen Arena muss ich dringend dieses Wochenende auch noch spielen. Ich bin relativ faul bisher. Na ja, mal schauen. Ich will auf jeden Fall als nächstes den Speed-Turm maxen. Ich habe bereits 1700 Punkte. Sieht nicht ganz so gut aus bei mir. Aber Speed-Turm auf jeden Fall. Werden mir noch gute 300. Ich denke, als nächstes werde ich mir den ATK-Turm dann vornehmen. Und dann natürlich HP und DEV. Ja, dann mache ich jetzt noch schnell den Welten-Boss. Und dann soll es das fürs Erste gewesen sein. Gebt mir auch gern Feedback in die Kommentare, wie ihr das neue Format findet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.